Hallo und herzlich willkommen hier im D-Works-Kanal von Lars Bobach. Heute schauen wir uns mal wieder eine neue App an und zwar Scanner Pro von Radl. Ja, eine Scan-App ist sozusagen das Basiswerkzeug für das papierlose Büro für deine digitalen Dokumente. Denn irgendwie muss ja das, was noch an Papier reinkommt, digitalisiert werden und anschließend auch in einem Programm oder in einem Speicherort deiner Wahl weiterverarbeitet werden. Wir schauen uns mal an, was Scanner Pro kann, welche Features da wirklich ganz besonders sind und vor allem gucken wir auch mal auf die Scan-Qualität. Also, heute hier für deine Digitalisierung Scanner Pro von Radl. Scanner Pro von Radl kommt mit diesem blauen Icon daher und wir starten einmal die App hier, beispielsweise auf dem iPhone. Wenn ich die App starte, dann komme ich erstmal vorne in meine Scans rein und hier sehe ich dann alle Dokumente, die ich bereits gescannt habe und die entsprechend hier in der App abgespeichert sind. Ich kann mir hier Ordner anlegen, das sieht man jetzt auch hier in diesem Beispiel privat und wir sehen auch gleich, wie es aussieht, wenn ein neues Dokument dort aufgenommen wird. Schauen wir uns den Scanner jetzt einmal in der Praxis an, indem wir hier unten rechts auf das orangefarbene Plus-Symbol drücken. Ich stelle jetzt mal direkt hier unten auf manuell um, denn ansonsten versucht die App direkt ein Foto zu schießen und dann kann ich gar nicht erklären, welche Möglichkeiten es hier gibt. Also, wir können hier neben dem reinen Auslösen und Einscannen des Dokumentes, des Bildes oder was auch immer wir haben, noch zusätzlich hier links mit dem Taschenlampen-Symbol das zusätzliche Fotolicht einstellen, damit wir hier entsprechend noch mehr Licht haben. Im Moment brauchen wir das nicht, weil wir hier genug Licht im Raum aktuell haben. Dann, wo Schwarz-Weiß hier in der Mitte steht, kann ich nochmal umschalten und sagen, ich möchte lieber ein Dokument in Farbe einscannen oder ich habe ein Foto oder ich möchte das Dokument in Graustufen scannen. Egal, für was ich mich hier entscheide, ich kann das Ganze später nochmal ändern und sagen, nee, ich hätte doch lieber das Ganze gerne in Farbe, weil immer im Hintergrund das vollständige Bild gespeichert wird. Ja, unten rechts kann ich noch auf die Fotogalerie umschalten und mir ein Dokument, was ich vielleicht vorher schon mal irgendwie mit der normalen Kamera fotografiert habe oder was mir vielleicht zugespielt wurde von jemand anderem, auch noch hier in die Scan-App importieren. Ja, dann habe ich den Auslöser natürlich in der Mitte unten. Mit dem X kann ich wieder abbrechen und manuell kann ich jetzt wieder wechseln auf automatisch und dann gucken wir mal, wie gut die Scan-App hier automatisch ein Dokument erfasst. Ich habe jetzt wieder auf automatisch umgeschaltet und wir versuchen jetzt mal hier so eine Seite aus dem Fokusplaner einzuscannen. Und das hat auch schon direkt auf Anhieb geklappt. Wir gucken uns das Ergebnis an und sehen, dass hier der Text entsprechend übernommen wurde. Ein bisschen was rechts ist da abgeschnitten. Das heißt, wir wollen nochmal ein bisschen was zurückholen und das machen wir, indem wir auf Bearbeiten klicken. Und dann können wir hier unten die Ränder nochmal entsprechend anpassen und können sagen, nee, da hätten wir gerne noch ein bisschen mehr und sagen, wir nehmen alles mit und das ist jetzt das, was wir als Ergebnis vorliegen haben. Ja, wir können jetzt einfach hier im Nachhinein natürlich nochmal sagen, wir möchten zum Beispiel die Werte anpassen, indem wir sagen, nee, wir hätten es doch lieber gerne in Farbe, was natürlich bei dem Dokument hier wenig sinnvoll ist oder wir möchten es als Foto eingescannt haben, dann kriegen wir es so eins zu eins oder entsprechend in Graustufen. Für unseren Zweck ist aber die Schwarz-Weiß-Verarbeitung die beste. Wir können auch noch hergehen und zum Beispiel hier Helligkeit und Kontrast anpassen, für den Fall, dass da irgendwo noch so ein paar Schattierungen zu viel drin waren. Also alles ist im Nachhinein nochmal vollständig einstellbar. Was wunderbar ist, ist natürlich die Texterkennung. Die schauen wir uns jetzt mal an, indem ich hier unten rechts auf Text drücke, denn das passiert automatisch im Hintergrund. Und ich kann jetzt hier in der Vorschau mir schon ansehen, welcher Text hier vom Text erkannt wird und er legt mir hier automatisch den neuen Text drüber. Bei so Texten, die natürlich hier um die Kurve rumgehen, ist das schwierig, da tun sich alle Scan-Ads schwer. Deswegen ist es wichtig, dass wenn ich einen Text hier erfassen möchte, der hinterher auch maschinell weiterverarbeitet werden soll, dass ich hier möglichst gerade und perfekte Vorlagen habe, weil ansonsten ist das eben Interpretationssache der Software, welcher Text da steht. Also probieren wir das Ganze jetzt nochmal, indem wir die Seite etwas glatter drauflegen und gucken mal, ob hier der Text dann besser erkannt wird. Wir sagen mal fertig, wir löschen das Dokument einmal wieder und machen das Ganze nochmal. Drücken einmal auf Plus, halten die Seite jetzt mal fest, halte den Finger unten drauf. Wir gucken mal, was er auch mit dem Finger macht und schauen mal, was das Ergebnis jetzt ist. Jetzt ist schon wesentlich glatter das Ganze. Der Finger wurde sogar weitestgehend hier unten raus retuschiert. Das hat die Scan-App auch erkannt und wir gehen jetzt nochmal in den Textmodus und gucken mal, wie das jetzt aussieht. Und wir sehen schon, dass hier der Text deutlich, deutlich besser ist. Und hier oben diese handgeschriebene Schrift, das ist natürlich nach wie vor ein Problem, weil das sind so Schriftarten, die sind schwierig zu erkennen. Und da muss man eben ab und zu ein bisschen aufpassen, das funktioniert nicht immer gut. Wenn wir uns das Ganze in der direkten Textübersetzung hier oben anschauen, dann können wir aber schon erkennen, dass der normale Maschinentext einwandfrei übernommen wurde und wir hier eine sehr, sehr gute Grundlage haben mit dem erkannten Text allein aus dieser App heraus. Ja, das ist wie gesagt die Texterkennung direkt in der Vorschau drin. Finde ich super praktisch, kann man direkt kontrollieren, wie gut das Ganze hier geklappt hat. Ja, dann habe ich das Ergebnis und dann drücke ich hier oben links auf Speichern und das Dokument wird automatisch hier in meiner Übersicht gespeichert und auch direkt synchronisiert. Ja, hier kann ich übrigens, wie gesagt, meine Dokumente anordnen. Ich habe hier einmal diese Kachelansicht. Ich kann mir aber auch noch eine Listenansicht aller Dokumente und Ordner einstellen. Das kann ich, wie gesagt, hier oben rechts entsprechend umschalten. Zusätzlich kann ich mir hier Ordner anlegen. Wenn ich zum Beispiel meine Dokumente hier organisieren und sortieren möchte. Und anschließend kann ich auch so ein Dokument über Auswählen natürlich entsprechend hier in den Ordner zum Beispiel Firma rein verschieben, so dass ich hier immer alles schön sortiert habe. Ja, wie funktioniert das jetzt mit dem Synchronisieren in der Cloud? Also gehen wir mal in die Einstellung rein, da können wir uns das am besten anschauen. Wir sehen hier oben schon einmal Cloud-Dienste und die Cloud-Dienste, die wir hier oben als erstes sehen, das sind die externen Cloud-Dienste. Die gucken wir uns gleich mal an. Wir gehen jetzt erstmal ein Stückchen weiter runter und sehen hier nämlich, wir haben einmal die Synchronisierung mit der iCloud und wir haben Scans in iCloud Drive speichern. Der Unterschied ist, mit dem ersten werden dann die Dokumente nur zwischen zwei Apps auf verschiedenen Endgeräten synchronisiert. Also wenn ich zum Beispiel noch ein iPad habe und ein iPhone, dann werden die Dokumente automatisch zwischen den beiden Scanner Pro Apps hin und her synchronisiert. Zusätzlich kann ich mir die Scans aber auch noch in einen ganz normalen iCloud Drive Ordner speichern, wo ich dann zum Beispiel auch mit dem Mac drankomme oder auch mit einem Windows-PC, wenn ich dort die iCloud entsprechend eingerichtet habe. Die Cloud-Dienste, die wir hier oben haben, das sind dann weitere externe Cloud-Dienste, die ich mir hier zusätzlich einrichten kann. Zum Beispiel Evernote, das haben wir jetzt hier mal beispielhaft auch eingerichtet. Dazu aber auch noch gute Bekannte, wie zum Beispiel die Dropbox, Google Drive, OneDrive von Microsoft, dann Box, OneNote und ich kann sogar einen eigenen WebDAV-Server hier ansprechen. Ja, diese Dienste stehen mir an verschiedenen Stellen zur Verfügung. Ich kann nämlich als zweites einen automatischen Upload einrichten und das habe ich hier mal in dem Beispiel mit Evernote gemacht. Das heißt, ich kann diese App auch als Scannable-Ersatz benutzen, wenn ich meine, dass diese App hier bessere Ergebnisse liefert und ich über Evernote hinaus auch noch in andere Cloud-Dienste rein synchronisieren möchte. Also hier kann ich mir automatisch auch meinen Evernote-Upload einstellen, so wie ich das aus der Scannable-App gewohnt bin. Ich kann aber auch jeden anderen Dienst nehmen, wie zum Beispiel OneDrive oder Google Drive und hier direkt sagen, in welchen Ordner die App automatisch rein hochladen soll, neben der iCloud. Ja, noch ein paar Einstellungen, die ganz interessant sind. In den erweiterten Einstellungen kann ich natürlich noch sagen, ob die App mit dem Startbildschirm starten soll oder direkt mit der Kamera, falls ich direkt aus der Hosentasche heraus sozusagen ganz schnell scannen möchte. Super interessant sind die Arbeitsabläufe, die es dann in der bezahlbaren Version von Scanner Pro eben gibt. Mit den Arbeitsabläufen kann ich neben der normalen iCloud-Synchronisierung und dem Standard-Upload, den ich oben eingestellt habe, wie hier in dem Beispiel Evernote, noch zusätzliche Arbeitsabläufe in verschiedene Cloud-Speicher hinzufügen und kann sogar mehrere Uploads hintereinander automatisch einrichten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe so einen entsprechenden Arbeitsablauf, dann kann ich sagen, das Ding soll automatisch zum Beispiel per E-Mail versendet werden oder auch in Evernote anschließend gespeichert. Das heißt, ich wähle hier per E-Mail senden aus, sage an welche E-Mail-Adresse das Ganze gehen soll, gebe jetzt hier mal die Büroadresse von uns ein, so, dann kann ich noch sagen als PDF oder als JPEG und kann jetzt die nächste Aktion hinzufügen und zum Beispiel sagen, zusätzlich soll das Ganze auch in Evernote gespeichert werden, dort aber bitte als JPEG. Und dann zum Schluss gebe ich noch hier oben den Namen für den Arbeitsablauf ein und sage zum Beispiel, das ist für die Tankbelege. So, das schmeichere ich jetzt als Arbeitsablauf hier ab und jetzt kommt gleich die Auflösung, wo diese Arbeitsabläufe zum Tragen kommen. Wenn ich nämlich jetzt aus den Einstellungen rausgehe und habe jetzt so ein Dokument, welches wir vorhin gescannt haben, ich weiß, das ist jetzt kein Tankbeleg, aber darum geht es nicht, dann kann ich hier unten auch Teilen sagen und dann habe ich nämlich folgendes zur Auswahl. Ich habe einmal so Standard-Apps hier oben, wie zum Beispiel E-Mail oder die Fotoablage in iOS, aber ich habe auch hier unten meine verbundenen Cloud-Dienste wie Evernote, Google Drive, OneDrive und so weiter, die ich hier entsprechend vorher eingerichtet habe. Und ganz zum Schluss hier unten habe ich dann meine Abläufe. Das heißt, ich kann hier sagen Tankbelege und dann wird automatisch das Ganze einmal per E-Mail versandt und in dem Fall als JPEG in Evernote abgelegt. Das finde ich super praktisch, denn ich kann hier automatisch meine Workflows hinterlegen und muss mir weniger Gedanken machen, welches Dokument ich jetzt wo, wie, in welchen Cloud-Speicher hinterlegen muss. Auch super praktisch an dieser Stelle ist, dass ich diesen Scan auch nochmal in einer bestimmten Art hochladen kann. Hier oben unter Option kann ich jetzt sagen, auch wenn es ein PDF ist, möchte ich es trotzdem als JPEG oder als erkannte Textdatei dahin schicken und kann auch noch hier die Qualitätsstufe entsprechend einrichten, falls das mal notwendig ist. Zusätzlich ist es noch möglich, das ist auf dem iPad ganz interessant, dass ich auch zu einem Dokument noch Anmerkungen direkt hier in der Scan-App hinzufügen kann. Dazu gehe ich her, drücke hier oben auf den Drei-Punkte-Schalter im Dokument und kann noch eine Anmerkung hinzufügen. Das ist natürlich jetzt hier mit dem Finger ein wenig, ja, ich würde mal sagen, schwierig, aber von der Sache her können wir uns das ja mal anschauen, indem ich jetzt hier einfach mal ein bisschen drin rumkritze. Auf dem iPad mit dem Stift ist das dann sicherlich deutlich eleganter. Aber so habe ich eben die Möglichkeit, direkt noch Notizenanmerkungen hier in das Dokument zu integrieren und es ist auch später möglich, diese Anmerkung zu entfernen, falls ich doch nochmal das Original-Dokument benötige. Ja, mein Fazit zu Scanner Pro von Rattle ist eine fantastische App. Wesentlich besser als zum Beispiel Scannable von Evernote. Also wenn du mit Evernote arbeitest und die Dokumente dort direkt hochladen möchtest, dann empfehle ich dir, noch eins draufzulegen und die Scanner Pro App von Rattle zu nutzen. Denn damit kannst du zum einen wesentlich bessere Scannergebnisse erreichen, zweitens hast du direkt eine Texterkennung im PDF-Dokument und du kannst auch genau wie mit der Scannable App von Evernote die Dateien direkt in Evernote hochladen und darüber hinaus aber auch noch in andere Systeme übertragen. Auch wenn du mit einem normalen Filesystem arbeitest, wie zum Beispiel OneDrive oder mit Google Drive, kein Problem, all das beherrscht Scanner Pro von Rattle fantastisch. Der kleine Preis, den du zahlen musst, um die Pro Features zu nutzen, meines Erachtens ist es das Geld auf jeden Fall wert. Also absolute Empfehlung Scanner Pro von Rattle. Die Profeure des ZDF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF Vielen Dank.